Podcasts anhören, Bro, aber das Einzige, was wichtig ist halt, es muss irgendwas beinhalten, es muss wirklich Substanz haben und es hat auf jeden Fall Substanz, Bro, also wenn Sachen, so eine Message zum Beispiel, so eine Vision, das kann Leuten einfach viel, viel mehr bringen, you know, viel, viel mehr und die Leute werden es lieben, die werden sich denken, bam, wie war, wo, neues Video, bam, worum geht's heute? Und ich war uns nach Cyprus und sagte, was taוחt, was h arrival you in Cyprus. Musikerinnen! Und ich话, induced Musikerinnen! Musiker Weil das ist das Ding, Bro. Du kannst zeigen, was du erlebst und die Leute denken, siehst du da? Alter, was? Er macht ja uhr coole Sachen. Oh mein Gott! Ja, so läuft das bei uns. Das kenne ich. Immer dasselbe. Jeden Tag. Wirklich, Local Artists Man, Austria. Applaus für euch! Applaus für euch! Hey, guys! Bis du seit und noch nicht auf 11.54 und so. Bald, bald, bald! Wir releasen erst jetzt das erste, deswegen sind wir überhaupt hier zum Musikvideo machen. Wir releasen erst jetzt das erste, den ersten Song. Lernen! Null online! Null online! Irgendwie so entstanden, dass wir einfach gemeinsam Musik machen und es passt einfach. You know what I mean? Es werden auch magische Dinge sicher passieren. By the way! Das definitiv! Wir werden sicher magische Dinge entstehen lassen! Es passiert schon magische Dinge, not gonna lie! Leute, wir leben ein Leben, das Leute mit 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren, 80 Jahren, 90, 100 Jahren nicht erlebt haben. So viel Zeit, wie sie hatten, konnten sie nie loslassen, in diesem Feeling, in dem wir uns befinden. Wir tun das mit 20 Jahren. Wer sind wir in 20 Jahren? Was zum Fick werden wir dort erlebt haben? Welche Leute? Was für Connections! Wie haben wir uns gefühlt? Bro, wir leben das fucking beste Leben ever! Ich verstehe es nicht. Und ich will es auch nicht verstehen. Ich will weiterleben. Ich will weiterhin so leben. Du bist es einfach für dich selbst und für andere Menschen, die du liebe. Und es ist einfach diese Energie aus. Das ist Kunst. Das ist etwas, was aus uns rausgekommen ist. Das, was jetzt jetzt existiert. Wir haben es kreiert. Wir haben es in diese Welt gebracht. Das ist etwas, was einfach niemand anderer hätte genauso machen können wie wir. Niemand anderer. Dass ich das alles mit 19 realisieren kann, ich fühle mich blästern. Weißt du, was das Secret ist, Bro? Die Grenzen fallen zu lassen. Keine Grenzen mehr, Bro. Dann kannst du wachsen, Bro. Du kannst dann unendlich wachsen. Das ist der Unterschied zwischen solchen Menschen und solchen Menschen. Die Leute, die es tatsächlich schaffen, ihre Grenzen freizulegen, um grenzenlos zu sein, da passiert der meiste Wachstum. Everybody is influencing other people. You don't need to be an influencer, YouTuber or anything. As soon as we realize that everybody of us is an influencer. So when I started this channel right here, isn't it weird? And then Art said, of course, of course it's weird. Of course it's weird for me now to stay here. I mean, who am I talking to? You know, it's weird. Yes, use what we have. And we have the internet, we have cameras, so many things. Yes, do it. In the end, you won't regret doing stuff you did that you liked. You won't regret it. Most people around you may think it's weird, but you know that it's not weird. Picked up a camera, started doing anything, and three years later, doing something beautiful. So, it all makes sense. It all makes sense in here. Willst du den da den? Do you like it? Do you like it? Do you like it? I'm a little bit nervous. Do you like it? Yeah, I like it. Ha, 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 ha. Then, you like it? Then, you like it? Then, you like it? And then, you like it? Well, you like it? We don't give a shit. We just ride in hits, yeah? Oh, like it? Baby! Baby! Come on! Protect your energy!